Willkommen zurück zu Residen. So haben wir die Gartenzaus wieder. Von der anderen Seite. So. 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 Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh-oh. Es kommt genau das, was ich erwartet habe. Oh-oh. 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 Oh-oh-oh. Oh-oh. 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 Komm, bitte, wie viel stärker hast du? Oh, und das warst du. Das war nämlich ihre Halsschlagader. Anatomie lässt grüßen. Stehst du wieder auf? Geh ans Telefon. Okay. Bummelt das? Ich höre nichts. La 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 la. Mach da was blöd. Du wirst echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Das ist die Frage. Oh. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Oh. Geh da hin. Jetzt. Gut. Was? Da öffnete sich ne Tür. Die nicht. Ach, die öffnete sich. La 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 la. Geh direkt zum Dachboden. Und wie sollen wir hier rauskommen? Und wie sollen wir hier rauskommen? Ich bin doch beim Dachboden. Vielleicht ist der nicht. Nein, mach ich auch nicht. Das wäre natürlich hier irgendwas er noch tun könnte. Geh zum Dachboden. Oh, ja. Ja, das ist so. Ja, vielleicht kommen wir noch runter. Ja, das ist so. Ich habe dich gesehen. Ach der Scheiße, der Sicherungskasten war da hinten. Ja. Ich spreche mal zur Vorsicht. Das ist mein eigener Schatten. Also wie es aussah, ist Mia nicht in Suche. Ja. 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 Das ist auch nicht so. Ah, eine Pistole! Oh Gott, hier geht die Treppe wieder runter. Und hier geht's um die Ecke. Und dann noch eine Tür. Oh Gott, Leute. Eine Puppe. Ein Bett. Hallo. Oh, dann geht's auch nach oben. Und nochmal eine Tür. Jetzt können wir wieder einigermaßen rennen. Oh, nö. Mädel. Wird's nicht eigentlich verarschen. Jetzt kommen sie durchs Fenster. Doch. Jetzt kommt der Kettensägel auf. Oh! Oh! Ähm. Hallo? Du hast mich immer angeschaut. Ja, ich hab's gesehen, ja. Oh! Wo bist du? Was versteck? Was versteck ich? Hä? Was soll ich denn verstecken? Du bist immer cool. So. Von vier Schiffe treffe ich. Mit allem. Ich bin tot. Wir sind tot. Das ist schön. Haben wir im ersten Kampf gestorben. Darauf wenden wir aber gerade die Feuer. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye-bye.